Unabhängig davon, ob du schon eine Geschäftsidee hast oder nicht, ob du Student bist oder ob du Arbeitnehmer bist, irgendwo hier tief drin spürst du, dass du dein eigenes Ding machen solltest. Du spürst, dass du deine eigene Geschäftsidee umsetzen solltest. Du spürst, dass du dein eigener Herr sein möchtest, über deine Zeit bestimmen möchtest. Du spürst, dass du die Welt ein kleines Stückchen besser machen möchtest. Ein unglücklicher Weg führt niemals zu einem glücklichen Ziel. Es ist nicht so wichtig, geil. Von Anfang an, die Stimmung ist einfach echt super. Ich bin ja so ein Gründer gewesen vor 20 Jahren und die Welt ist heute eine ganz andere. Und gerade diese Verarbeitung von Fuck Cups finde ich auch so extrem wichtig und total spannend hier. Es war echt ein krasser, krasser Rückschlag, auch emotional für mich. Alle haben gesagt, es geht nicht. Und dann kam einer, der es nicht wusste. Und der hat es gemacht. Wir bieten eine Bühne für Menschen, die Macher sind. Die umsetzen und ihre Träume verwirklichen. Die Moderation, die Speaker, ist alles perfekt. Unabhängig davon, dass ich nicht im Knast landen wollte und auch nicht 250.000 Euro habe, das fackt ganz schön ab. Dass man nach dreimal Schaltern immer noch aufsteht, finde ich einfach nur absolut erstaunlich. Wenn jemand zu uns gesagt hätte, Think, Pick, aber seid bitte nicht dumm, ist ja schön gewesen. Habt ihr Bock auf Pferderennen? Eins, zwei, bleiben. Und wir gehen durch die Gas. Und wir gehen bei der Kackertribüne. 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 Und wir gehen bei der Kackertribüne.